Köln, seltener Fauxpas bei Bares für Rares? Mit ihrer Einschätzung zum Wert des Objekts liegt die ZDF-Expertin völlig daneben. Im Händlerraum nimmt der Verkauf schließlich eine unglaubliche Wende. Vera Bronsloff, 74, möchte sich bei ihrem Besuch in der Trödelshow von ihrem Kindheitsschmuck trennen. Zu dem Konvolut zählen ein Ring, zwei Armbänder, eine Brosche und ein paar Ohrringe. Er wurde uns in zwei Teilen geschenkt und konnte so nach und nach verlängert werden, erklärt die Stuttgart-Erin im Begrüßungsschnack mit Moderator Horst Lichter, 62. Mit dem Verkauf soll nun ein anderes Kind glücklich gemacht werden. Laut Expertin Wendela Horz stammen die Kinder-Accessoires aus Dänemark. Die weiß-gelben Blüten sind noch heute ein Wahrzeichen des Landes und wurden einst Königin Margrete II. Gewidmet. Es ist echte Handarbeit. Das findet man heute nicht mehr bei Schmuck für junge Damen, schwärmt die 54-Jährige über den Schmuck aus den 1970er Jahren. Für besonders wertvoll hält sie diesen dann aber nicht. Ohne ihre Waage zu zücken, schätzt Horst den Materialwert auf lumpige 20 Euro. Dass sich Bronzloff satte 200 Euro für ihr Konvolut wünscht, zieht der Expertin beinahe die Schuhe aus. Maximal 100 bis 130 Euro hält sie für realistisch. Bares für rares Händler pulverisieren die Schätzung der Expertin dennoch möchte die Verkäuferin aus Baden-Württemberg ihr Glück im Händlerraum versuchen. Eine goldrichtige Entscheidung, wie sich kurz darauf herausstellen soll. Denn, Walter Lenertz, 57, und Co. sind regelrecht verzückt von den Objekten. Gleich das erste Gebot pulverisiert die Expertise. Antiquitätenhändler Fabian Kahl, 32, ist nämlich tatsächlich bereit, sagenhafte 300 Euro für das Set auf den Tisch zu legen. Doch damit nicht genug, plötzlich entbrennt ein echter Bieterkrieg. In 10er Schritten schießt der Preis rasant in die Höhe. Erst fällt die 400 Euro Marke, wenig später stehen gar 500 Euro im Raum. David Suppes greift noch tiefer in die Tasche. Für unglaubliche 600 Euro erhält der 36-Jährige den Zuschlag. Wahnsinn! Verkäuferin Bronzloff kann ihr Glück kaum fassen. Sie kassiert tatsächlich das Sechsfache von dem, was ZDF-Expertin Wendela Horz überhaupt für möglich gehalten hatte. Ich möchte Luftsprünge machen, so das Fazit der Stuttgarterin. Aber das sagt sie gerne, sehr gut. Sie sehen, wie sie sich macht,ved durch köpt. Vielen Dank. Dann sind die postponiert die posição Shiva. Sie sehen, dann werden wir coff تowan. Schön! Vielen Dank.